Oh, inside, Lupe, rennt der Hase? Okay. Jetzt tief einatmen. Ich weiß sogar nicht, was da drin ist. Lydia, du kannst doch nicht einfach auf jemanden losgehen. Entschuldigung. Aber wie gemein ist das denn? Ist da jemand? Nein. Ja, hat sich erwischt, ne? Ich sag dir noch, tritt da nicht drauf. Da ist eine Falle. Aber du musst drauf treten. Ganz toll, Lydia. Ganz toll. So. Hallo, können wir jetzt die ganze Sache endlich mal zu Ende bringen hier? Untergeschoss. Oh, Damenunterwäsche im Untergeschoss. Herzlich willkommen. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Jetzt bin ich hier. Ich bin ins Loch gefallen. Oh nein. Mutti muss erstmal was aus dem Inventar schmeißen. Das ignorier ich jetzt mal. Hallo. Huhu. Oh. Na gut, wir haben mal jetzt den Trank. Oh. Was bist du denn? Ach so, mein Freund. Oh. Das war ein heftiger Schlag in den Schritt. Sorry. Tja, mein Freund. Balls of Steel hast du wohl nicht mehr, oder? Haha. Öffnen. Wow. Wow. La 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 la. Aufzugsmusik. Und jetzt fahren wir mit dem Fahrstuhl einfach wieder hoch. Und dann werde ich erstmal die Aufnahme wieder beenden. Und erstmal wieder alles verkaufen. Ich muss ja den Scheiß hier schon wieder inhalieren. Boah. Ich hab jetzt noch Kopfschmerzen vom letzten Mal. Oh, hab ich das alles ausgeatmet? Äh, ich mein eingeatmet. Und äh. Ich glaub, das ist noch kotzen, ey. Boah. Boah. Boah.